Na klar, 1492, das ist ne Jahreszahl. Und was war 1492? Äh, die Entdeckung Amerikas? Die Gründung der Hofwilbrauerei in Eichstätt, das weiß doch jeder. Von den Speziflaschen. Findet den Guru Aircode? Ja, wenn wir so weitermachen, dann holen wir uns den Gewinn. Ein Gesicht sieht aus, als wäre ein Auto drüber gefahren. Na, immerhin sind wir nicht im Wunst hier. Wir müssen herausfinden, was mit dir in den letzten Stunden passiert ist. Das nennen Sie Unterricht, Herr Miller? Wetten, dass ich in dieser Woche mehr Stoff durchbringe als Sie? Lachen! Wer hat da so laut geschriegt? Der von einem Autokorso verursachte Stau in der Innenstadt hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Ich vertrag keine Laktose. Ganz schön intolerant. Hörst du dich noch? Los, raus! Los, Judith, wir ramm ihn ein Stück in die Speichen! Ja, ja, die machen wir fertig! Ey, Pusse! Vor der Post wird nicht geparkt! Viel zu teuer für Studenten. Bei allem, was man nicht in ein Glas füllen kann, wird eisern gespart.